Ehepleche Er sagt, er ist einfach deronte Ich habe gesagt, ich kann es rumlaufen. Ich habe schon in der Mitte. Ich habe einen Rhein, ja. Die Leute, die Brüste, die sind vorbei, haben die was angegriffen. Ich habe gesagt, da kommt der Kurs vorbei, immer beißt und bleibt zu. Ich habe vor die Kamera, wo die erst gleich für den Mann war, vor dem Typ, was passiert ist. Ich bin mit den Viechern aufgewachsen. Wir haben immer eine Haftviechversicherung gehabt. Immer. Aber wenn ich so ein Tier habe, der kann ja auf die Straße rennen und kann den Motorradfahrer von dem Ding runterschmeißen und dann zum Autosusammenstoß fahren. Ich weiß nicht, wie sie haften dafür. Keine Ahnung. Wenn mir das erst mal passiert, bin ich dir. Bitte? Untertitelung des ZDF, 2020